Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Panadins. Hi, heute spielen wir in Droxes. Ich hasse es jetzt schon, dass der Gegner auch in Droxes spielt. Das ist problematisch. Ich bin kein großer Fan davon. Weil ich persönlich nicht so der beste in Droxes bin, aber schon. Ich habe mit dem noch kein Video gemacht, daher machen wir jetzt mal ein Video mit ihm. Das ist gerade so mein Plan, ich gehe gerade durch ein paar Champions, mit denen ich noch keine Videos gemacht habe. Vielleicht keine blöde Idee, glaube ich nicht zu blöd. Ja. Daher, wir spielen Steam Demon in Droxes. Ich hoffe, dass es halt jetzt okay läuft. Aber ich mache mir mit krassen Sorgen, weil meistens in Droxes und Droxes ist es um eigentlich besser als mein selber. So vom Gefühl her, daher mal schauen. Hab nur ein bisschen Angst. Sorry. Okay, mal Dumbarum, Janice, Knesset und Droxes. Ja, okay. Ich muss mich, glaube ich, auf mein Dumbar fokussieren. Der Name ist wundervoll. Warte, wie ist der goldene Name? Hat er den Battle Boss gekauft? Ne, wie ist der goldene Name? Hä? Kannst du erklären? Ist das wegen der Battle Boss? Ich glaube, es ist wegen der Battle Boss. Ist der Mensch. Wenn wir mal reinladen würden, würde ich mich sehr freuen. Wir wissen, man weiß noch gar nicht besser, welch von da gehen wir. Doch, doch, die Knesset. Okay, Knesset ist nicht reingeladen. Ist aber gut. Ist aber sehr gut. Gersud. Weil dadurch, wenn die einen Snuffer weniger haben, weil die mich auch hart nerven. Das ist... Sorry dafür. Ich überlege gerade, will ich das mitnehmen. Warte, wie viel Schaden macht mein Reverber jetzt schon so? Das kann ich nicht sehen. Verdammt! Äh... Glaub ich... Und das mit... Was hast du mit... Wir nehmen das mit? Cursed Survivor? Ne, nicht Gott sei, sondern Cursed Survivor. Ja, ach Gott, das ist komplett okay für mich. Das habe ich kein Problem. Das ist... Ähm, wir nehmen Keto hier mit und ich glaub... Warte, was haben die... Nehmen die von uns... Ne, okay. Nehmen wir Corduress mit. Wieso nicht? Die Gegner haben zwei Heiler. Könnte also krass nervig werden, was schon. Ich überlege auch, ob ich Nimmelheld mitnehmen werde. Einfach wegen... Äh, ja. Nachleid und so weiter. Habe ich keine schlechte Idee. Ey! Alter. Ist die Schlange? Hier hinten seid ihr doch, oder? Okay. Was machen wir? Ei! Warte. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben... Wollen wir noch... Wollen wir noch... Wollen wir noch bekommen? Was sind die Gegner? Hä? Nein! Danke, dass ich bitte ruhig wieder keinen Sniper bekommen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Autsch! Oh, verdammt! Kommt! Schon der ist hier oben. Den werdet ihr doch bekommen. Oh, verdammt! Gut. Was glaube ich halt... War... Gott sprechend. War aber glaube ich halt nicht so schlecht. Ähm... Äh... Äh... Jetzt war es noch geschafft. Weil er auch nur fasst. Wir gehen hier rüber. So. Okay. War vielleicht ein bisschen doof von mir. Aber egal. Das Gute ist, die Waffe ist übertrieben genau. So. Und der ist tot. Ja. Ich kann ihn nicht treffen so ganz. Von woher aus. Das war unser Teammitglied. Oh! Ich hätte meine Kuh einsetzen sollen. Es war gerade verpeilt. Ich wollte es an die Insel einsetzen. Habe dann aus irgendwelchen Gründen auch geschossen. Was halt nicht sehr smart war. Ähm... Oh, jetzt sieht trotzdem gut für uns aus. Leider ist unser Tanker gestorben. Jetzt... Ist eigentlich... Eigentlich sollten wir warten auf... 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 Auf Beric. Wieso öffnet sie? Wieso öffnet sie? Das macht ja keinen Sinn. Ich darf mich zu treffen, Mann. Ach komm schon, Mann. Ja, keine Ahnung. Da kam ich nicht weg. Keine hätte ich auch nicht gekonnt. Wer hätte noch warten sollen. Okay, Beric hat es rüber geschafft. Äh... Androxys hat es nicht geschafft. Sondern Androxys. War weg von denen. Es ist gut. Es ist gut. Aber... Trotzdem. Blöd, dass ich da gestorben bin. Man würde ich kein guter Androxys-Spieler. Es tut mir leid. Aber ich dachte... Äh... Ich habe jetzt noch gar kein Video gemacht. Dann soll ich mal anfangen... Sachen zu machen. Ich kann es auch ulten. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Okay. Sehr schön. Nochmals jetzt bekommen. Ja, gut. Vier... Äh... Eliminierungen. Drei... Tode und nur Solo-Kids. Schmerzhaft. Es ist... Es ist... Es ist... Es bin wirklich schlecht, glaube ich. Oh. Oh. Okay. 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 Aber es ist gut. Es ist... Die Waffe ist aber so genau. Es ist so krass. Es ist... Es ist... Es ist auch ein ganzes Bissersproblem. Weil die halt immer so genau ist. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu treffen. Macht keinen Sinn, aber... Aber macht schon Sinn. So. Äh... Ich überlege gerade. Ist mir gerade eine gute Idee? Warte. Ich... Warte. Ich verbessere meine Sachen nicht noch da ab. Sonst... Ich... Ich verbessere meine Sachen nicht noch da ab. Vielleicht eine gute Idee. So. Okay. Gut. Mein Plan ist aber gerade... Vielleicht noch einen Kill zu machen. Und nicht zu oft zu sterben. So. Dankeschön Wand. Hoffe ich mich so genau zu treffen. Alshalb... Sehr gut. Warte. Warte. Aber... candle. Nein. Pospital. Garde. Warte. ähm, hi hi sehr schön sehr schön und wir sind besser ok, es wird dann wirklich besser, wir sind immer auf den Punkt Leute, ich muss wohl auf den Punkt sein das ist ein kleines großes Problem gewesen ok, wo ist das Team? könnt ihr bitte auf den Punkt bleiben, es macht keinen Sinn, wenn unser Tank einfach vom Punkt wegläuft wir haben uns natürlich gewonnen, aber trotzdem so das ist aber nicht so die beste Idee also das ist gar nicht die beste Idee also auf keinen Fall eine gute Idee in keiner Hinsicht naja, es sieht trotzdem gut für uns aus hier nach oben oh, das war strange nachladen hey oh weiter, der schießt und reload instantly das ist sehr nice, also er schießt äh, reload instantly schießt instant reload schießt, instant reload das heißt, du bekommst 900 Schaden, wieviel Schaden hast? 500 Schaden bis gestunnt 500 Schaden bis gestunnt 500 Schaden bis gestunnt also, kannst du natürlich nichts tun angenehm ich kann uns ansehen was er tut angenehm schießt welches ein Trifter besser als ich welches ein Trifter besser als ich welches ein Trifter besser als ich so nachkommen schnell hätte ich schlagen sollen aber ich hab ich lade offen nachzuladen ich lade mich immer viel zu schnell nach es nervt mich das ist so fahr ich mir grad eine schlechte Runde aber es ist einfach einfach, wenn das Team nicht auf dem Punkt ist so und sie äh irgendwie alle lieber irgendwas kehren wollen als Leute irgendwas auf dem Punkt gehen na schade ja gut wenigstens das Video geht länger ist ihnen bewusst, dass sie auf dem Punkt sein sollten ich weiß es nicht ist mir bewusst, dass ich mal anfangen sollte zu schlagen ich weiß es auch nicht weil der Schaden also der Schlag macht ja auch nicht weil ich nicht schaden leider hat 502 Schaden also es ist nicht gering so äh nimm mal Kit Reimit mal Kit hier offensichtlich so ok ich muss wirklich öfter schlagen ich kann mich wie ich will ja ich kann mich wie super das kann ich dann sozusagen abbrechen dann muss ich dann darauf nicht warten ok 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 das muss ich mir besser machen hab ich nimm gar nicht dabei? nimm ich nicht äh Draft Tanks meine ich Daft Hands nicht Draft Tanks die ganzen Namen sind mir egal sind mir egal so lass mal bitte lass mal bitte ach du kacke war das knapp ja komm schon ernst auf die letzte Schatz hat mich doch gekehrt können wir haben die den Romer bekommen? dankeschön sehr früh sehr schön so ok das war's jetzt glaube ich die haben keinen Tank mehr die ja das war's die haben keine Chance ok hätte besser laufen können die Runde vielleicht noch etwas raus holen ok sehr schön angenehm äh ich war wirklich nicht gut aber das sieht cool aus aber sehr cool dass wir das noch gewonnen haben das hätte äh um einige schlimmer enden können immer schon so ein bisschen stressig aber egal ich hab ich hab ich glaub ich hab noch zum Ende hab ich ein bisschen besser gelernt zu betreffen das ist natürlich bei solchen Charaktere manche immer so dass ähm hier aiming wie wenig haben 41.000 schmerzhaft sehr sehr schmerzhaft aber es hätte schlimmer enden können ok das war jetzt auch nicht so krass gut 0,14 wow die tut mir leid 6,7,8 das hätte ein besser sein können egal gut dann dann falls ihr euch ein bisschen wünscht habt welchen äh ich jetzt nicht soll ich gerne in die Kommentare schreiben ansonsten passt euch auf abonniert falls ihr es noch getan habt das gelagte und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao